hey leute was geht zombie headcrasher wieder am start heute mit trixghost auf der karte die rise und wir versuchen einen highround hallo trixghost hallo guck mal ich glaube alle teile liegen diesmal im raum hast du das auf dem tisch das habe ich ja gut lassen wir einen am leben sieben stück stück auf jeden fall so ich habe einen er ist der plöcce das hielt ich mir für spät auf das ist eine nicht alle waren dort sogar er nehmen nur dieses eine teil nicht diese pumpe habs was egal noch eine runde ist nicht schlimm der bieter er hat den fahrer um ne bringt auch darüber auf die matraten und um danach er hat er den aufzug herunter also dort um ach so dann ist er da aufwärter da irgendwie Ich guck mal, wo der letzte ist. Ey, ich bin der Weiße. Aber ich bin Host. Das ist cool. Ich glaube, das liegt auch nicht daran, wer Host ist und wer nicht. Bei Black Cops 1 liegt das auf jeden Fall daran. Wählst du die Mustang und Sally? Ja, will ich auf jeden Fall machen. Gut. Aber ich werde ja dann eh Runden laufen. Dann, ja doch. Du brauchst dann Ray Gun vielleicht. Wär gut. Dann Mustang und Sally und Wunder Waffe. Und ich brauch die Chicom. Die Chicom? Ich bin schon ernst. Egal. Egal. Alle Teile sind unten. Boah. Fast gestorben. Fast gestorben. Dann, ja. Dann, ja. Ja. Lass mir nochmal noch ein paar Punkte. Dann mach ich oben die Tür auf. Halb zum Teil für die Grunde Waffe. Hier. Messer den. Dann, ja. 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 Wo ist Juggernaut dann bestimmt beim Einzelnen? Ich versuche jetzt so schnell wie möglich Der andere Auszug ist da Ok, gut Äh, jetzt wird er hoch Na, wir können Packer Punch fahren Du hast das vermasselt, Blutzack Kommst du? Ja Nein, noch 30 Punkte Fuck Geil Sehr schön Komm, 30 Punkte, Alter Wenn du dein Bauheben-Messer hast, kann ich mir mein so Ja, aber der Aufzug fährt jetzt weg Ja, hole ich mir, wenn der oben ist Also seh kein Geld Nervend dich mehr anzulegen Wills Oh, no Noch besser Guck mal, wie viele Punkte ich gemacht habe Ja, Jugger ist beim einzelnen Aufzug Du darfst dir mal kurz am Leben, damit ich mir gleich Bauer ich mir das da holen kann Aufzug ist da Hol dir schnell Gut, du kannst töten Ja, Mann Ich hatte gehofft, wir hätten Ruhe für ihre Seele Ich hatte gehofft, wir hätten Ruhe für ihre Seele Hm, seit wann sagt der Ruhe an die Sohn Du musst dich bücken Da ich mich auch grad Die haben neue Texte eingefügt Ich erf Ehm, warte, warte Warte Nein! Nein! Nein, ich kann es nehmen. Nehmen? Ja. Wo ist es? Oh, Chaka. Perfekt. Oh, nice. Perfekt. Also bei Dairace braucht man sich überhaupt keine Sorgen um Munition zu machen. Äh, irgendwie nicht. Ich würde sagen wir machen jetzt die Dampfschleuder. Fertig wieder. Hast du hier schon Claymoors Gold? Ja, hab ich. Ja, gut. Ah, fuck, Alter. Ich will Päcke punchen. Die sollen sich mal beeilen, die Zombies. Ist schon mal einer darauf gekommen, dass das unsere Hirne vergibt? Jojo. Das habe ich auch noch nie gehört, Mann. Ich gebe Päcke punchen. Komm hoch, komm hoch. Komm hoch. No boys can't shoot though, when they enter below, if they need some help, they need some help. Wir haben ja leider die Musik bei Mob of the Dead raus. Was? Mob of the Dead ist ja keine Perkmusik. Echt nicht? Nee nee. Stimmt. Hast recht. Aber hier? Ja. Hier Transite und so. Aber auf Mob of the Dead leider nicht. Nee. Ich lieb das wie von Double Tap, richtig, Alter. So, lass jetzt mal die Dampfmaschine formen. Wann sind die Viecher das letzte Mal gekommen? Sechs. Sechs? Gut. Runde Zehn, oder? Ja, müssen die Runde Zehn kommen. Und ich schwör's dir, diesmal wird das stimmen. Oh mein Gott, Allah. Oh, das ist geil. Ah. Ja gut, mach mal. Alter, wie ich nicht treffe. Wenn Russmann was trifft, steht es nicht mehr auf. Wenn Russmann was trifft, steht es nicht mehr auf. Wenn Russmann was trifft, steht es nicht mehr auf. Hast du Gold? Oder noch nicht. Ja, ich baue es vielleicht dran, wenn weniger Zombies jetzt sind. Jo. Fertig. Kannst du die Tüche aufmachen. Wo ist der Letzte, Mann? Hey, wo war der her? Hey, wo ist der? Hier. Du hast Nerven, dich mit mir anzulegen. So. Jetzt müssen die kommen. Siehste? Vier Runden. Genau. Die Wichser, hast du gehört? Das hatte ich auch noch nie gehört, Mann. Ja. Ich glaube, jetzt, seitdem viele gesagt haben, dass Mokokadet die Sprüche besser wird, dann... Ja. Glaube ich auch. Haben sie jetzt halt hier wieder irgendwie neue eingebaut. Aber echt auch blödsinnig hier. So ein komisches Zeug hier, wie Munition und Käse. Ja, genau. Einzuführen. Bisse. Ja, nehm ein. Maximale Munition. Wird auch Zeit für eine Pause. So. Ey, wir sterben hier gleich, wenn wir so weitermachen. Ah, wir haben Double Tap, Mann. Die Waffe ist so stark. Was hast du bekommen, gerade? Ähm, ne erste Z. Hast du sechs Pups schon? Nein, fünf. Äh, mein ich ja fünf. Ja, ich auch. Oh, kannst du nehmen. Schreiner! Weiter gegangen? Ja. Ähm, ich geh mal in die Kiste, ne? Du kannst schon mal hier deine Runden laufen. Ja, so mach ich. Aber ich werd gleich Runden laufen, wenn wir auch Taktik spielen. Dann kannst du in die Ecke gehen. Max, sei mal hier. Jo, kannst, kannst nehmen. Soll ich euch einnehmen? Ja, ja, kannst nehmen. Soll ich euch einnehmen? Ja, ja, kannst nehmen. Jo. Weil ich muss meine Claimers holen. Ich hab die Scheiße verstreut. Scheiße. Hast du ein Zombie? Äh, das leben noch welcher. Ich lass mal bei mir den am Leben. Oder auch nicht. Boah. Ich wär fast... Ja, gut. Ich wär fast verreckt. So. Ich hol eben meine Claimers alle ab. Kannst ihn bitte kurz nehmen? Boah bitte jetzt nicht schief landen Gut. es könnte kurz einen augenblick dauern bis ich jetzt fertig bin ich muss eben alles holen das sind deine claymore sie hier in der ecke stehen da habe ich welche platziert jetzt muss ich überlegen wo ich meine platziert habe da oben war noch welche beim ja ja dort habe ich zwei aufzügen gut stimmt das recht ich hab noch hinten bei da wo wir vorhin dings gekillt haben die viecher 24 er doch passt dieses herumgelaufen das nervt mich voll ich hätte die nicht am anfang dorthin platzieren sollen aber hier habe ich nichts mehr dort auch nicht gehen ja die letzten sind dort oben einmal kurz kiste gehen ja geh du mal ja 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 mir fehlt nur noch esels tritt ach scheiße wieso habe ich nicht vorher bekommen wo ist denn die kiste ähm die ist dort bei beim restaurant ne ach scheiße jetzt habe ich das ding umplatziert jetzt weiß ich nicht oh mein gott spring nicht mit der dings nicht mit der schleuder springen auf gar keinen fall was was ich hab nicht mehr mit der schleuder springen alter das gefährlich da könnte man sterben jetzt ich bin eh grad beim strom wieso läufst du so ein umweg ja weil ich muss denn sally auch noch punchen wollte achso also hier die anfangswaffe habe ich gleich auch gemacht er hätte es doch mit der schleuder springen können ja dem meer laufen bisschen meilen auf die besten liste nein spaß haha haha das heißt wenn unter 14 kommen wieder die Viecher ähm ja definitiv das ist wirklich so das soll bringen mehr munition oder was ja das ist wirklich so ja zumindest auf die rase ja das ist wirklich so doch stieren ach fck wieso bin ich hier hingegangen fck fck haha fck 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 Chikom Fängt schon wieder an alter Haha das wärs alter So hab ich keinen Bock Hässlichste Waffe die ich je gesehen hab Ja am Anfang ging es dann noch Das ist die hässlichste Waffe Jaaa Was willst du bekommen? Ah ich versuch später nochmal Gut So ich Kill den mal So stell du dich auf deinen Platz Stell dir Claymoths vor die Fresse Am besten Und ja Ich muss auch 5000 Punkte machen eben Ja Jo Was hab ich jetzt noch nicht? Ich glaub Chikom ist die einzige Waffe die ich noch nie gepuncht hab Echt nicht Ne Die kann man mit Feuermodus punchen Also mit Aufsatz Ernst da? Ja Ja Deshalb brauch ich die ja Okay Unterstützt mich hier denn keiner? Ich kann mir keinen schöneren Aus der Tür da vorne kommen wohl keiner Rechts von mir Ne Das ist es ja Ja So warte lass den mal am Leben Ja okay Es kommen noch paar So Hier haben wir Mh Pack punch ist auf der einen Seite Nimm den mal kurz bitte Danke Danke WTF Ey der ist grad über deinen Kopf gesprungen alter Ja der kann halt Daubern Haha Ja glaub ich auch Der ist echt über meinen Kopf gesprungen Ja Haha Ein schlechter Tag wird noch schlechter Degger punch ist der rechte Ey ich weiß ich warte auf den Und der bewegt sich grad nach oben Nächste Runde kommen glaub ich eh die Viecher Ja oder ne Viertel